Schlau, ich breche ein und mache einen Alarm an. Ey, was bist du für ein Kollege? Warte. 100 Nadeln. Das heißt, er greift mich 100 Mal mit seinem Penis an. So. Erstmal Heil. Heilungel. Und 6,4. 9,90. Für die 6,500 hat es nicht mehr gereicht. Boah, so. Hallo. Hä? Komm ich hier nicht raus, oder was? Oh. Hä? Ähm. War hier nicht? Hallo, Mist. Äh, ja. Mist. Wir sind hier. Ähm. Sehe ich so gefährlich aus? Wie ist die Melodie so? Hä? Ich war hier schon. Hey, Hundi. Ja, brav. Willst du knuddeln? Na, was ist los? Kann ich bitte durch? Hundi. Hundi. Alter, ich stecke dir gleich mein Schwert in den Arsch. Und wer stimmt heute? Wer spürt mir so ein Hund den Weg? Ach, nicht doch. Von hinten. Das mag ich doch nicht. Ja, komm herauf. Ja, komm herauf. Zack, zack. Was? So geht das. Einmal weggeräumt. Fertig ist. So. Ich hoffe, dass die Müdigkeit noch nicht durchkommt. Einfach aus Prinzip. Mal kurz einen Schluck trinken. Oh Mann, die Professionelle. Äh, was ist das? War ich hier überhaupt schon mal? Hallo? Okay. Was ist das denn? Ja, ein Monster. Eindeutig ein Monster. Hab ich gesehen. Aha. Pass mal auf. Jetzt wird jetzt mal aufgeräumt. Zack. Genau. So muss das. Oh, das gleiche ist. Ich könnte mich jetzt auch schon mal gegen Seeführerraut wagen, aber, äh. So. Äh, ich kann auch nicht drücken. Warum nicht? War ich hier schon mal? Ich kann mich daran irgendwie nicht erinnern. Aber ich weiß auch noch nicht mal, was ich zum Frühstück hat. Also von daher. So, speichern. Merkwürzig. Oh, warte. Weg zum Flugplatz. Genau. Schön oben speichern. Ich bin so gespahnt. Hä? Hä? Äh, musstest du? Ich bin leicht verwirrt. Jetzt komm ich doch auf dem anderen Ende wieder raus. Ähm, hallo? Hallo? Ähm. Die Musik ist weg. Ich glaube, ich war hier schon, aber ich kann mich daran echt nicht mehr erinnern. Also ich weiß, ich war in so einem Wassertunnel hier. Ja, an das Schiff erinnere ich mich auch. Aber ich wüsste nicht, wann und wo. Oder dass ich, dass ich von der Richtung kam. Ja, komm. Spielestens jetzt bist du hier weg. Geschichte. Siehste? Ich find's gleichmäßig trainiert, also. Hut ab. So. Weiter geht's. Och, der Delfin auch um ist süß. So. PS1 Grafik Delfin. Ah! Verriegelt. Verarsch mich. Ich geh doch nicht den ganzen Weg für ne verriegelte Tür. Naja, anscheinend schon, aber. Oh, man. Lass mich in Ruhe. Ihr Halunken. Alter, ich bin schlug zurück. Ja, ja, hm. Genau. Das wollte ich auch gerade vorschlagen. Oh, zack. Klaut mit sich alles in mir. Wirbelhaken. Stream hat gerade Verzögerung und halb hier auch auf und ich hab gerade gesehen, die attacke ich das Wirbelhaken. Klingt gefährlicher, als es eigentlich ist. On High ist oben. Cool. Da fällt mir eigentlich auch noch nicht vergessen. So, jetzt geht der Weg wieder zurück. Im Metal. Genau. Das wollte ich auch gerade vorschlagen. Hier ist noch ein roter Knopf. Wenn dein Knopf ist, muss ich ihn drücken. Das ist keine Diskussion, ganz ehrlich. Bei Knöpfen muss ich drücken. So, ich nutze die gemütliche Fahrspielfahrt zum Befüllen meines Glases. Mit 99%iger Cola. Zack. Ja, ich bewege mich schon, ne. Ich hab geduld. Ich hab mir mal überall gerade hingesch... Wie ist das hier so eine aufregende Musik? Achso, deswegen. Ich hab's verstanden. Das sind ja nur drei. Ich hab putze ich zum Frühstück. So. Zwei angeschlagen. Und alle drei erledigt. So geht das. Zack. Okay, fassen. Okay, fassen. Ich muss mich langsam mal heilen. Für Zeit. So, tödlicher Müll. So. Warum ist hier so eine... so eine... Tudis-Melodie? War mir nicht fertig, jung. Ach, halt Schnauze da oben. Geht's da lang? Blöder Krüder, ganz ehrlich. Kann sich wenigstens durchlassen. Brauchst keine Angst, Herr Mädchen. Ich tu dir nichts. Einmal die dritte Etage, bitte. Danke, Mäuschen. Wir sind hier. Danke, danke. Hey, warum ist... Hä? Hey, ein Knopf. Und den hab ich ja noch gar nicht betätigt. Na ja, ein bisschen Spannung erzeugen, ne? Oh, nicht von hinten. Angriff von hinten. Damit kennt ihr euch aus, wa? Oh, er ist das weg. Ja. Die zieht mir fast gar nicht ab. Da kann sie ihn anlächeln und zieht mir ab. So. Ich dachte grad, wäre ne Fliege hier, wegen dieser Sirene. Da hat grad so, grad Kampf beendet. Passt schon. Ich glaub, Barrett und Tifa sind echt nur zum... Damit's besser aussieht, so zu dritt. Okay, die haben grad mal einen Gegner besiegt. Das passt schon. Alles, eben der Eins, yeah. Ja. War denn die Sirene aktiviert, ne? So was kann man auch... Kann auch nicht jeder von sich behaupten. Kann man hier hoch? Ey, geil. War ich hier schon mal drin? Ey, geil. Warte mal kurz. Ich muss mal kurz ne ganz, ganz wichtige Nachricht beantworten. Mir geht's gut und dir? Warte, bin gleich da, bin gleich leer. So. War ich hier schon mal? Srijl. Geh nicht ins Licht. Ich war hier noch nie. Okay, die Nachricht muss jetzt warten. Äh, hallo? Ich hab was Neues entdeckt. Yeah. Jetzt werden Tote... Ja. Ich krieg den Satz nicht auf die Reihe. Tut mir leid. Ich wollte irgendwie sagen, jetzt gibt es Tote, weil ich halt Neues entdeckt hab, aber... Jetzt ist der Witz auch vorbei. So. War ich hier wirklich noch nicht? Ich weiß es. Ach nein, hier war ich schon. Hier wurde tiefer eingesperrt. Äh, voller Spoiler. Aber hier war ich nur mit Barrett. Und ich glaub, der konnte nur einen Weg gehen. Oder? Der ging hier direkt nach rechts. Oder geradeaus? Er ging irgendwo lang. Das weiß ich. Gott, ey. Ich kann nur so verdusselt sein. Oh, da geh ich einfach mal nach oben. Vielleicht finde ich da was schönes. Ja, ein Speicherpunkt. Klasse. Kann ich mir auch nicht verkaufen. Ähm. Oh, so viele bunte Bildschirme, ey. Alter, muss ich mir vorstellen, als YouTuber. So ein Aufnahmezimmer. Das wäre geil. Streaming Bildschirme. Links wird gezockt, rechts ist der Chat. Hoho. Ey. Äh, ist jemand? Da ist jede Menge nichts. Ey, sagt nicht, ich komm noch nicht rein. Aber wie öde seid ihr denn? Ich muss da doch rein können. Wie kann man mich so ausbremsen? Ich bin grad voll im Fahrt. Da geht's auch nicht lang. So. Ruf ist eine goldene Statue. Die ist auch nur golden, weil die Mitarbeiter dagegen gepinkelt haben. Dann geht's mal direkt weiter. Genauso. Und nicht anders. Komm, du wirst hier niedergemetzelt. Zack, zack. Oh, warte. Falsche Richtung. So. Dann geht's mal direkt weiter. Genauso. Und nicht anders. S-R-J-Ingoes-Ingoes-Ingoes-Ingoes-Ingoes. Heu, ich bin genau auf der anderen Seite, wie er, ne? Alter, der ist eine Verarsche. Nein! Nein! Oh Mann, muss ich wieder rüber. Verarsche! Humbug! Ich fresse auch Kinder! Mann, Mann, Mann. Ach ja, hier konnte ich überall reingehen, ne? Äh, was ist das denn, Kollege? Wie wir essen ein Bootstaxi? Nur in Yunon! Bootstaxi? Ey, Taxi! Ähm... Wohin? Wohin? Aus Yunon raus, die nächste Stadt? Aus Yunon raus, also. Pass auf! Ich glaube, es waren viele. Ich wollte wissen, was da im Schwarzen verborgen ist. Ach Gott, nämlich doch am Arsch. Pass mal auf. Folgendes. Und zwar... Mit großen Arr. Ich probiere jetzt, was das eigentlich totaler Bullshit ist. Aber... Ich speine ich ja jetzt mal kurz. Und ich werde diese Folge genauso beenden, wie ich die letzte Session beendet habe. Und zwar, indem ich das grüne Viech platt gemacht habe. Naja, was heißt platt gemacht habe? Gegen das gekämpft habe. Reicht aber erstmal. Okay. Let it be. Wie geht er nochmal runter? Ähm... Pfff... Genauso. Oh... Hey, Kollege. Wo bist du? Hä? Hier war doch irgendwo das grüne Vieh. Oh, ich kann mit nichts gegen ihn. Pass auf. Kein Land. Hahaha. Oh Gott, bitte bring mich um. Ähm... Wo ist er denn? Hat er Angst? Habe ich ihn doch geplättet? War zu besoffen, um uns zu merken. Oh, die Melodie ist entspannt. Hallo? Wo bist du? Du bist doch da beim Krater eigentlich gewesen. Hallo? Hallo? Hey, Greenland. Was ist das denn? Das ist was Rotes? Ach, da habe ich ja die Substanz rausgenommen. Was konnte ich mit der Substanz nochmal machen? So, jetzt kommt's. Kämpf ihn, Mann. Du bist ein bisschen groß, ne? So, passt schon. Kämpf ihn, Mann. Alter, ich würde so abkacken. Wieso habe ich nur 20 Minuten? Ist mir egal. Ultima. Regener. Schnell. Der macht doch nichts mehr. Achso, der war stärker als das Rote. Okay. Da war ja was. Zack. Ja, wie regional einfach mal nichts bringt, würde ich sagen, ne? Das willst du gar nicht. Ich glaube, das wollte er doch. Ach, Mann. Ja, alles klar. Ich sage einfach mal. Das war's mit der Episode. Für Leute, die gerade beim Stream zuschauen, sage ich einfach mal. Ciao. Ich verabschiede mich gleich. Und für Leute auf YouTube sage ich einfach mal. Bis zur nächsten Folge. Kommt in zwei Tagen. Ah, Mann. Das ist echt schade, dass ihr hier verloren habt. Ich dachte, ihr wäre schwächer. Ich glaube, nächstes Mal machen wir dann Sefi-Roll-Platz. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.